so hallöchen und herzlich willkommen zurück zu let's play titanfall ich habe jetzt heute mal die schrotfinte reingetan und bin mal sehr gespannt wie es mit der läuft weil mit der habe ich jetzt noch gar nicht gespielt also drei schüsse brauchen wir auf die entfernung mal gucken wie das dann laufen wird bin hier auf jeden fall mal sehr gespannt drauf ok das ist schon ok Waffen ausprobieren und so, also ich wechsle sie dann gleich nach dem Tod denke ich mal nochmal. Damit ich noch ein anderes Sturmgewehr oder SMG oder ob das es reinpacken kann. Hier, ne das war ja die Schrotwinde. Hier. So. Okay, mal gucken, die R-97 SMG so ist. Oh, der passt gar keinen, wir verliessen ja noch. Ich weiß nicht, ob ich die Anträge besser finde oder weniger. Okay, jetzt bin ich gestorben. Kommt halt vor, ne? So. Ja, wenn ich ein bisschen blöd klinge oder so ist es jetzt auch schon um 2 Uhr nachts. Ich habe aber immer noch Bock auf das Game, also ich könnte es wirklich jetzt heute durchsuchen. Das Game macht einfach Bock bis zum Ende. Und deswegen spiele ich das auch, weil es da halt wie gesagt geil ist. So. Komm. Flug raus. Also ich muss wirklich sagen, ich werde mir ein Beta holen. Also äh, ich werde mir das Spiel holen dann. So. Komm. Flug raus. Also ich muss wirklich sagen, ich werde mir ein Beta holen. Also äh, ich werde mir das Spiel holen dann. So, komm. Ich habe... Ich habe... Anfangs muss ich sagen, ne, das Gamefight hat mir nicht so ganz gut gefallen. Aber jetzt muss ich ganz sagen. Sehr nice. Richtig sehr geil. Die Grafik und so. Und zwar nicht die beste jetzt, aber... Das Spiel generell ist auf der Zeit sehr nice. Bei mir. Das Gap hier und so. Oh, da müssen wir ausspringen. Jetzt mit der Anzahl vom Magazin bin ich auch so nice. So. Gehen wir nochmal hier auf den Titan. Oh, der ist schon tot. Okay. Alles klar. Ja. Ist immer noch ein Gegner. Ja ne. Okay, Titan. Das ist sehr nice. So. Gehen wir mal hier wieder zurück. Ich weiß gar nicht. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr, ähm, vielleicht... Oh, das wollte ich gar nicht. Upsala. Schreibt doch mal in die Beta, ob ihr, ähm, das Game auch habt. Ja oder nein. Habt doch mal rein. Warum ist euch holt oder warum nicht. Ähm, sowas haltet. Da sind wir auf jeden Fall. So. So. Oh. 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 Okay. Wir haben gleich noch mal einer, so ein kleiner Schlingel. Der nehmen wir natürlich ebenfalls mit und, ähm, ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der ist einer von uns. Schnell abhauen hier. Oh. Okay, ja, ich wechsle mal nochmal zur, ähm, dieser hier. Weil ich damit auch schon schön ein bisschen was freigeschaltet habe. Wenn man da was freigeschaltet hat, ist man natürlich immer ein bisschen besser. Für dich jetzt mal so, bin freigeschaltet und Sachen immer besser als mit Waffen, wo ich gar nix hab. So. Muss ich kurz, äh, mein Headset, äh, schmichten. Oh, okay. Ich finde es auf jeden Fall sehr geil, wie das hier, wie der runterkommt. Oh, wir werden jetzt vier verlieren. Oh, ein Assist hat uns geklaut, der kleine Schlawiner. Äh. Aber. Oh, okay, nix. Was ist das, was ich noch nicht? Was ist das, was ich noch nicht? Oh, wir haben jetzt gewonnen. Boah, das war aber knapp. Guckt euch mal die Punktezahl an. Das war jetzt aber richtig knapp. So, dann machen wir mal noch Platz hier. Ja, du mit Titan. Das ist ja nice. Oh, ist von daher. Kommt hier jetzt gut. So. Vielleicht kommt hier ein Schiff. Das werden wir dann, denke ich, mal runterholen. Oder so. So, dann steht da drauf. Komm, 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 komm. Scheiße. Okay, die haben wir nicht erwischt. War aber auf jeden Fall sehr knapp. Oh, schade. Naja. Ja. Ja, das war's jetzt mit dieser Runde. Let's play. Ähm. Titanfall. Genau. Jetzt hab ich fast wieder den Namen vergessen. Und dann gucken wir uns noch mal kurz an so ein Squan. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Ciao. Bei mir. 能考ern uns auch. Ich lache.